Ja, kenne ich nicht, das war so die zentrale Aussage, das zog sich wie ein roter Faden durch die Wortmeldungen. Tatsächlich sind sie außerhalb Wiens relativ unbekannt. Und bis vor kurzem galt die Gleichung. NEOS ist gleich Matthias Strolz. Sie müssen jetzt diese Gleichung durch eine neue ersetzen. Wie lautet diese? Wir sind wesentlich breiter als Matthias Strolz und das waren wir immer schon. Matthias Strolz ist der Gründer von NEOS, aber da waren viele Menschen von Anfang an an Bord, ich auch. Und wir haben unsere Bewegung ganz unerschütterlich auf Werten gegründet. Wir haben zum einen gesagt, das muss ich endlich was tun in Österreich. Also wir waren mit Reformideen am Start und sagen, wir müssen endlich diesen Stillstand auf dieses rot-schwarzen Machtkartells brechen. Werden wir mal schauen. Also im Moment gibt es ja keine großen Reformwürfe jetzt auch bei dieser Regierung. Da ist ja eher sozusagen Reformzwerge, die man sieht, die vielleicht lange Schatten werfen, weil bis jetzt nichts passiert ist und die Sonne sehr tief steht. Da werfen sie lange Schatten, aber es ist noch nicht sehr viel passiert. Aber vor allem haben wir uns auf Werten gegründet. Liberale Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, auch das vereinte Europa. Und diese Werte, ganz offen, stehen heutzutage weitaus mehr unter Bedrängnis als das 2013 der Fall. Weil wir hätten uns 2013, 2012 eigentlich bei der Gründung, nicht vorstellen können, dass ein Brexit möglich ist. Wir hätten uns nicht vorstellen können... Bleiben wir ganz kurz noch bei Matthias Strolz. Er gibt ja auch Interviews nach wie vor. Vor drei Wochen hat er etwa gesagt, eine Inszenierung kann nicht noch schriller, brutal angriffiger sein. Soll ich Nacktwandern anbieten mit dem Neos-Club-Chef? Fehlt Ihnen die sprachliche Gelenkigkeit ein wenig von Matthias Strolz? Ärgert Sie das? Also ich glaube, das müssen dann die Zuschauerinnen und Zuschauer beurteilen. Er war berühmt für seine Sprüche, oder war das eh zu viel? Ich fand die auch gut. Nein, ich fand die teilweise wirklich gut. Also mir haben die schon gefallen. Aber noch einmal vom Anfang an gesagt, was soll das? Ich werde gar nicht versuchen, ihn zu kopieren. Ich bin auch bei Neos immer meinen Weg gegangen. Ich habe Wien aufgebaut. Ich habe die Neos in Wien als die Oppositionskraft etabliert. Als kleinste Fraktion. Und das haben auch Zeitungen geschrieben. Also mir ist da auch schon ganz schön viel gelungen. Und ich werde diesen Schritt weiter gehen. Sind Sie in Kontakt mit ihm? Ja, natürlich. Wir haben ja auch gesagt, wir machen einen Übergang in Etappen. Und Ende September wechsle ich dann auch ins Parlament und übernehme so den Klub-Vorsitz von ihm. Als Sie angetreten sind, haben Sie gesagt, oder sich mit dem Gedanken getragen haben anzutreten, haben Sie gesagt, Frauen gehören weiter nach vorne. Also ich habe es einfach gemacht. Außerdem hat es mich interessiert, ob ich es kann. Es ist schon ein interessanter Ansatz, ein neues Projekt zu starten. Können Sie es? Ich glaube, ich kann es, ja. Aber es ging um etwas anderes. Es kommt um die Frage damals. Ich habe, wie wir Neos mitgegründet haben, am Anfang gesagt, ich sehe mich eher im Management, in der Strategie. Und diesen Schritt, dass ich wirklich selber kandidiere, das war auch und unter anderem deswegen, weil sie auch viele Frauen gesagt haben, na, ich arbeite gern mit, aber ich bleibe gern im Hintergrund. Und ehrlich gesagt hat mir das geärgert. Und dann habe ich mir gedacht, na, also da müssen wir schon auch als Frauen sagen, da stelle ich mich jetzt nach vorne. Und deshalb war das ein bisschen ein Ansporn, zu sagen, ich kandidiere selber. Und da habe ich gesagt, jetzt bin ich auch gespannt, ob ich das kann. Aber sehen Sie es als Experiment, das Ganze ein bisschen, oder wäre das zu weit gegriffen? Nein, das ist mir ein Herzensanleg. Nein, also das würde ja das Projekt kleinreden. Ich meine, wir haben viele von uns, Matthias Strolz, ich auch, unsere ganze bisherige Biografie über den Haufen geworfen, haben unsere Netzwerke sinnbildlich den Mittelfinger gezeigt und haben gesagt, wir machen jetzt eine neue Bewegung, weil wir Anliegen haben, Reformanliegen für die Zukunft, für große Zukunftsfragen, für unsere Kinder. Und das auch auf Werten basieren, die wir nicht vertreten sehen. Und das ist sehr ernst gemeint, was natürlich schon stimmt, ist, dass 2012, ich weiß nicht, ich muss mal fragen, wie viele hätten sich getraut, auf uns zu wetten, da hätten sie, glaube ich, ein ganz schönes Vermögen machen können. Es hat uns ja niemand was zugetraut. Und in einem Land, Verzeihung aber, wo zwei Parteien sich alles aufgeteilt haben oder versuchen, nach wie vor sich alles aufzuteilen, ist es ja auch nicht so leicht zu sagen, ich trete jetzt an und stelle mich in diesen eisigen Wind, der er stellt. Aber ich habe das gern gemacht, weil ich Anliegen habe. Ich würde noch gern beim Thema Frau sein in der Politik bleiben. Der Tenor in der Medienlandschaft nach der Übernahme war eher kritisch. Da ging es irgendwie darum, ob die Partei ohne Matthias Stolz, ohne dieser Galleonsfigur überhaupt überleben kann. Und der Politologe Peter Filzmeier hat gemeint, die ultimative Existenzfrage wird nur gestellt, wenn ein Mann an eine Frau übergibt. Da gibt es das prominenteste Beispiel, ist Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll an Johanna Mikl-Leitner. Können Sie dieser These etwas abgewinnen? Das weiß ich nicht. Ich beobachte schon, dass man teilweise ein bisschen anders beurteilt wird. Aber ehrlich gesagt möchte ich das jetzt auch gar nicht groß thematisieren, weil es ist einfach, wie es ist. Punkt. Und damit muss man leben und arbeiten. Und ehrlich gesagt, ich finde das ganz natürlich, dass wenn jemand eine Partei gründet und dann nach relativ kurzer Zeit für viele auch überraschend sagt, er macht jetzt den Schritt raus. Eigentlich gerade, um auch zu sagen, sie wird die Bewegung Schwung aufnehmen und mehr ins Wachstum kommen, dass dann sozusagen ein langer Abgesang stattfindet. Und was ich spannend finde und wo man sich die Frage stellen muss in der Politik, wieso das so ist, dass man offensichtlich nie so populär ist in der Politik wie im Abgang. Aber das ist etwas, was man vielleicht an anderer Stelle mal diskutieren. Eine Zusatzfrage noch. Das Wort klingt ein bisschen schlimm, aber trotzdem, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen nennen Sie eine Rampensau. Stimmt das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Ich denke, damit ist gemeint, dass ich durchaus unterhalten kann, auch von der Bühne aus und das auch gerne mache. Ja, das schon.